Radio Zürich 6 Also Erich, ihr braucht zum Wanzenaufspüren das Gerät, das du hier in der Hand hast, oder? Richtig, genau. Eines von vielen Geräten, die wir zur Verfügung haben. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel kleine Wanzen, die verboten sind zum Verkauf. Wir haben es einfach als Referenzgerät, um zu prüfen, wo unsere Geräte funktionieren. Und sobald das jungen Geräusch entsteht, das ist dann eben das Zeitpunkt. Aber es ist ein wenig unter die Würste dahinter schon angegeben. Dann gehen die ganze Wohnung so mit diesem Gerät absuchen? Genau, das ist so die typische Handbewegung bei uns, oder?